Hallo und herzlich willkommen bei Modellbauer Nürnberg bei einem kleinen Unboxing. Wir bauen derzeit den Maverick Scout RTR um zu einem Scaler und dafür habe ich nun eine Karosserie und zwei Farben bestellt. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Das hier ist die Karosserie. Das ist die Jeep Robicon von ProLine mit 300 mm Radstand, also die kurze Version. Ausgepackt wird die noch nicht. Das machen wir erst nachmittags, da wird es auch dann ein kleines Video noch geben mit dem Lackieren und so weiter. Hier noch die kurzen Farben. Einmal Gun Metal, also das hier ist jetzt Breitzilber. Und Gun Metal für die Kotflügel und für das Dach. Und das war es auch schon wieder vom heutigen kleinen Unboxing. Später werde ich noch ein Video machen vom Maverick Scout Umbau. Und euch mal zeigen, was wir da gemacht haben. Und bis dahin sage ich mal Adios.